Möchtest du ein kostenloses Ticket für unseren LinkedIn-like-a-Boss-Online-Workshop am kommenden Dienstag gewinnen? Markiere in deinem Kommentar zu diesem Posting einen Kontakt, für den unser Workshop interessant sein könnte. Und mit etwas Glück bist du kostenlos dabei. Wer LinkedIn strukturiert und gezielt einsetzen möchte, um die persönliche Marke zu etablieren, neue Kunden zu gewinnen und sichtbarer zu werden, ist bei uns genau richtig. Marina Zajertz eröffnet die Expertinnenrunde mit Digital Personal Branding für Führungskräfte und Gründer. Thomas Herzberger zeigt dir, wie du mit Digital Storytelling die Reichweite deiner Inhalte enorm steigern kannst. Britta Behrens entmystifiziert Social Selling und spricht darüber, wie smarter Vertrieb mit LinkedIn wirklich funktioniert. Von mir bekommst du tiefe Einblicke in das komplexe Zusammenspiel zwischen Netzwerk, Inhalten und dem berüchtigten LinkedIn-Algorithmus. Personal Branding besteht aus zwei Teilen. Nummer eins, sich bewusst sein, was meine Positionierung ist, was mein Mehrwert ist für meine Zielgruppe. Und der zweite Teil ist dann die Sichtbarkeit. Wie schaffe ich es, bei dieser Zielgruppe gesehen zu werden, um auf beiden Seiten Mehrwert zu erzielen und Chancen entstehen zu lassen. Digital Storytelling ist Geschichten erzählen auf digitalen Kanälen. Für Social Selling brauchst du Networking, eine starke Personal Brand und natürlich jede Menge Geschichten, die du in Form von Content Marketing und Kommunikation sichtbar machst. Content Strategie bedeutet, die Bedürfnisse und Interessen der Zielgruppe mit denen des Algorithmus passend zusammenzubringen. Wir machen Lunchpause von 12 bis 13 Uhr. Das Catering ist aber diesmal leider nicht im Preis inbegriffen. Am besten bereitest du dir selber ein paar Snacks vor. Ich empfehle zum Beispiel einen griechischen Salat mit viel frischem Oregano. Auf LinkedIn ist das ganz ähnlich. Dort kriegst du auch kein Free Lunch. Du erfährst von uns, wie du mit der Plattform effizient, zielgerichtet und erfolgreich arbeiten kannst. Aber die Umsetzung, die liegt ganz bei dir. Hol dir das Wissen und den richtigen Fokus, orientiere dich an deiner Zielgruppe und sei konsequent. Dann werden sich diese vier Stunden für dich tausendfach lohnen. Ganz egal, ob du dein Ticket hier gewinnst, ich drücke dir die Daumen, oder zum super günstigen Preis von 240 Euro auf Eventbrite kaufst. Ich bin sehr gespannt, wenn du hier markierst.